Guten Morgen aus Mainz an diesem 11. Oktober. Nach dem Tötungsdelikt in Büdesheim haben Polizei und Staatsanwaltschaft nun weitere Details bekannt gegeben. Eine Pilgergruppe aus der Region sitzt in Israel fest und bei der Deutschen Terrorgruppe Vereinte Patrioten gab es bundesweit Durchsuchungen. Das und mehr heute für Sie im Podcast. In Büdesheim ist am Montag ein Mensch getötet worden. Nun haben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt gegeben. Demnach handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 32-jährigen Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit. Dem Mann wird vorgeworfen, am Montagmittag in der Straße am Schlittweg einen 26-jährigen mit mehreren Hieben oder Messerstichen tödlich verletzt zu haben. Zwei weitere Beteiligte wurden schwer und eine Person leicht verletzt. Bei Streitigkeiten schaukelte sich offenbar die Aggression derart hoch, dass es schließlich zu dem Messerangriff und den tödlichen Verletzungen kam. Die Hintergründe zur Tat werden nun ermittelt. Der 32-jährige Tatverdächtige wurde dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mainz vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Der Beschuldigte ist in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Ein Update aus der Mainzer Innenstadt, die Galeria Kaufhof überlegt, eine Etage speziell dem Thema Wein zu widmen. Laut Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz, CDU, möchte der Konzern seine Filialen stärker regional ausrichten. Sie betonte, dass Wein für Mainz eine große Bedeutung hat. In anderen Kaufhof-Filialen wurden bereits Themen wie Tourismus oder Gastronomie umgesetzt. Für Mainz könnten ein Weinhandel, gastronomische Angebote und eine Eventfläche etabliert werden. Dieses Konzept wurde kürzlich Galeria Kaufhof vorgestellt und positiv aufgenommen. Matz ist zuversichtlich über die zukünftige Ausrichtung der Filiale in Mainz und betont die Wichtigkeit von Erlebnisshopping in der Mainzer Innenstadt. Das Ziel, trotz veränderten Käuferansprüchen soll die Filiale attraktiv bleiben. Abschließend verwies Matz auf vergangene Gespräche mit dem Konzern und anderen Beteiligten zur Zukunft der Filiale, die alle vielversprechend gelaufen seien. Eine Pilgergruppe aus der Region sitzt in Israel fest. Helen Riedel aus Hochheim befindet sich in dieser Gruppe, der auch ihr Mann und fünf Freunde angehören. Doch ihre Rückreise steht wegen des Konflikts in den Sternen. Die Gruppe äußert Kritik an den Informationen und der Unterstützung durch den deutschen Staat. Zwar sei ein Shuttle vom Auswärtigen Amt nach Jordanien organisiert worden, doch dafür hätten sie kein Visum, zudem fühlen sie sich damit nicht sicher und wüssten nicht, wie sie von dort weiterkommen. Aktuelle Flüge von Tel Aviv seien unbezahlbar. Und, in der Gruppe ist ein 82-jähriger Italiener, für den das Angebot des deutschen Auswärtigen Amts nicht gilt. Doch die Gruppe will zusammenbleiben. Andere Länder wie Polen, Österreich und die Schweiz würden ihre Bürger mit Evakuierungsflügen aus Israel holen. Vorerst wollen sie nun die Lage in Israel abwarten. Und ob von Deutschland ausführlichere Informationen kommen. In der Neustadt haben die Bauarbeiten zur Sanierung des Außenbereichs der Kaponiere am Rheinufer begonnen. Ziel ist es, den Bereich zu verschönern und barrierefrei zu machen. Die Stadt plant, das bestehende Natursteinpflaster größtenteils wiederzuverwenden. Nach den Arbeiten soll dort weiterhin Außengastronomie möglich sein. Ein weiterer geplanter Sanierungsbereich zwischen Spielplatz und Rheinufertreppe wurde zurückgestellt, da er in die Gesamtplanung des Rheinufers einbezogen wird. Eine Übergangslösung mit Sitzmöbeln und Pflanzenkübeln ist für den Bereich geplant. Das Projekt ist Teil der grünen Achse zum Rhein und wird aus dem Förderprogramm Soziale Stadt finanziert. Einige Mitglieder des Ortsbeirats äußerten Bedenken hinsichtlich des plötzlichen Baubeginns, der Grünflächenplanung und der Radwegführung. Bedenken gab es auch bezüglich der geplanten Pflanzenkübel und der Parkplatzsituation für Anwohner, denn durch das Projekt werden einige Parkplätze entfernt. Seit einigen Monaten steht die deutsche Terrorgruppe Vereinte Patrioten in Koblenz vor Gericht. Sie hatte bis April 2022 Pläne entwickelt. Diese Gruppe steht seit einigen Monaten in Koblenz vor Gericht und hatte bis April 2022 Pläne entwickelt, um die Kontrolle in Deutschland zu übernehmen und Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Unter dem Namen Operation Klabautermann fanden nun bundesweit Durchsuchungen statt und führten zu mehreren Festnahmen im Zusammenhang mit dieser Organisation. Über 100 Polizeibeamte waren deutschlandweit im Einsatz. In Rheinland-Pfalz wurden zwei Personen festgenommen, darunter ein 52-jähriger Mann, der verdächtigt wird, Hochspannungsleitungen ausgekundschaftet zu haben. Eine 32-jährige Frau wird beschuldigt, in Chatgruppen Informationen zur Herstellung von Sprengstoffbomben geteilt zu haben. In Hessen wurde ein 61-jähriger Mann verhaftet, der an Treffen der Vereinten Patrioten teilgenommen haben soll. Zu den Angeklagten gehört auch Elisabeth R., eine ehemalige Religionslehrerin aus Mainz-Gonsenheim. Die Mitglieder dieser Gruppe werden dem Reichsbürgerspektrum zugeordnet. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de von Allgemeiner Zeitung.de